So, meine Freunde, folgt mir geschwind ins Partyland, dort bin ich überall bekannt. Ein kleiner Blick nach links, ein kleiner nach rechts. Und schon geht es los. Partyhot, Partyhot, ich mach mir ne Schütte. Partyhot, Partyhot, ich möchte es billen. Hallo und willkommen zu einem Video über das schlechtere Minecraft. Mit dabei sind ich, Damian L., Johnny, Flo, ich wusste euch, weißen Typen kann man nicht trauen, Moritz, Gürken, und Alex. Ich hab vergessen, was man in dem Spiel hat. Überleben, wie Minecraft, denn komisch. Oh mein Gott, Alter, du kletterst falsch. Ich wollte gerade sagen, er geht bei dir auch ein paar Schritte. Oh, fuck. Heiliger Scheiß bist du wieder. Äh. Was? Ich mach Widefacing. Kannst du, bitte. Hilfe. Ich will nicht mehr. Alter, das hast du nicht wirklich gemacht. Oh, du. Alex. 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 Dreh dich mal langsam in Richtung deines Maus ist. Du. Lass dich in Ruhe. Nein, du hast los abgeholt. What the fuck? Oh, ich hab dich gefangen. Bitte nicht. What? Stopp. Nein. 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 Ich kann mal nicht eines drehen. Jetzt. Oh. Alter. Ich hab dich doch nicht leise geschnitten. What the fuck? Jule wäscht sich nicht. 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 Okay, wer macht jetzt ne neue Welt? Du. Du. Ja, okay. Schreib mich nicht so an. Du. Oh mein Gott, was hab ich hier noch für Bilder auf meinem Laptop? Einen Moment. Was hat denn mein Kupfer kaputt gemacht? Nein, nein, nein. The fuck? Es gibt ne Intro. Alter, das hängt bei mir komplett. Damian, ich glaub du. Alter, ich glaub ich hab ein Virus. Es ist so scheiße laut! Oh fuck, ich weiß was du meinst! Du warst hier in den Garten! Aber da wär's... Ich glaub ich... Was? Oben rechts im Eck ist die Kreuz bei mir gewesen Oh! Stimmt! Alter, lag zwei euch auch manchmal so? Ja klar! Oh nein! Die Schnauze, du kleiner Wichser Ich brauche, brauche mir das... Nein, ich hab den See kaputt gemacht! Oh, ein Tunnel, oder? Hallöche! Da! Heißt du, heißt du, schlecht! What the fuck? Okay... Ähm... Was passiert denn? Ne, ne... Okay... ... 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 Ich bin nördlich vom See. Bist du unsichtbar? Ich? Kannst du weiß nicht sehen oder was? Ich bin die Farbe, die du nicht am besten sehen sollst. Ich seh ihn halt nicht. Er steht direkt vor dir. Ich bin in deinem Haus. Er ist direkt bei der Tür. Oh mein Gott, dein Geist. Gott, das kommt nicht durch. What the fuck? What? Ist das hier Sinn? Es kommt nicht durch. Komm her bei mein Sklave, wie es sich gehört. Ich bin grün, nicht schwarz. Egal, ich bin weiß. Egal, ich bin weiß. Egal, ich bin weiß. What the fuck? Irgendwas kann ich... Hey Moritz, willst du was lustiges für uns? Bazinga! Hör! Das ist lustig. Ja, aber dann kannst du ihn bitte drüber kicken. Irgendwie glaube ich, das Video wird ziemlich scheiße rauskriegen. Was ist das? Flo, es liegt an dir. Du musst einfach nur lustig sein. Ja, also, dann wird's sowieso scheiße. Eben, du hältst uns grad alle runter. Ich? Nein, du. Achso. Wie macht man besser deinen Handschuh nochmal? Natürlich. Erstens kannst du einfach aus Steincrafts. Cool, aber auch. Alter, ich hab doch so viel Scheiße dafür. Ja. Alter, ist das anstrengend. Bist du grad weggelaufen von deinem PC, wo du das gesagt hast? Das hab ich da hinten gedehnt. Die Pulpation. Wolltest du mal ne Rüstung haben? Ich mein, wenn du kämpfst. Nee, ich hab keine Rüstung. Äh, hier, Schulter. Nein, es hat ein Mädchen getragen! Ew! Hä? Basically, du hattest Sex? Wolltest du sagen? Ich bin ein Christ. Und? Achso, ja dann nicht. Place the Forge. Forge Obsidian. Ja, schön, wenn ich Obsidian finden würde, könntest du das mal. Danke. Oh, zum... Findet man... Wo ist das für den Weg, findet man IQ? Äh, bei dir nicht. Äh, bei dir nicht. Oh! Oh! Weiß einer von euch, ob man hier auch so schleichen kann? C. Ey, man schleicht gar nicht mit C. Ja, ey, ich weiß nicht wovon du redest. Ich hab einfach nur da gesagt, was ich dachte. Los! Ich werde nochmal flippen. Ich habe die Kugel drin. Schau dir mit. Oh... Was ist das für andere? Alter! Bessen weiß ist besser in Ordnung. Aber Schwarz geht gar nicht. Stell die Betten, die ich gerade gefunden habe, hier einfach hin. Wenn ihr eins braucht, nimmt Baut es einfach ab und nimmt es mit. Hast du sie gefunden? gefunden? Ich hab sie gefunden, ja. Ach, die lieber schmecken schon ab, oh nee. Lustig. Ach toll, da verbrauch ich auch Mut von euch. Ich hasse mein Leben. Leon, hast grad die Tür getreten? Ja, ja, ja. Oh, noch ein Obsidian. Noch weniger FPS. Ich find's super, jeser, wenn ich in mein Haus zurückkomme, fehlt irgendwas und es ist ein neuer Blockstand, deswegen ist es in Ordnung. Meine Haube, was ist denn? Was ist das, was hat uns? Geh weg. Oh, hallo. Geh, sofort, geh weg. Warte. Ich wollte nur kurz die Höhle erkunden. Warte, wie ist halt witzig, so ne Schatullenmusik. Das ist irgendwie gruselig. Ich find's folgt was, dass ihr irgendwie die Geduld habt, hier irgendwas zu bauen. Ich hab halt sonst was zu tun. Ich bin... Was hast du eigentlich in der ganzen Zeit bis jetzt gemacht, Damian? Ich hab Kunst gemacht. Okay, okay, Leute, Leute, kommt alle hier drauf. Ich möchte, dass wir... Flo, bleib hier! Okay, ich möchte, dass ihr... dieses Etwas in der Mitte des Sees betrachtet. Dann möchte ich von euch hören, was ihr da drin seht. Scheiße. Ich seh mich da drin. Du bist ne Schande. Seht ihr? Jeder sieht etwas anderes drin. Und das soll diese Kunst aussagen. Es ist fleißig... Fick dich! Ich seh Blutlust. Was soll die Scheiße? Mann! Meine Kunst! Okay. Ja, geschehen. Gott, wir verbinden unsere... Ah! Jetzt bin ich eins mit meiner Kunst. Jetzt ist es Tennis. Ist zwar sehr nah an dem... Ja, so Hohenschatz. Warum hast du mich eins? Jetzt bin ich... Okay. Oh mein Gott, deine Augen sind so groß. Ich hab gar keine Füße. Ja! Warum sind deine Augen so riesig? Das ist ja kein Problem. Weil er grad am Kacken ist. Jetzt brauchst du schon wieder ne Säule hin. Hä? Warum bin ich mir jetzt hier oben? Alex, ich glaub du musst noch mal Damian töten. Was soll die Scheiße? Mein Bett wurde mit zwei Todesstaaten. Das hat Flo geklaut. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab mich plötzlich gewundert, warum da Betten bei mir stehen. Warum hab ich jetzt noch immer zwei Betten? Ich hab einfach beide bei dir platziert. Du schläfst jetzt beim Motors. Oh Mann! Damian, komm zu deiner Mutter, schlafen. Oh nein! Warte! Komische Buch gerade dadurch bekommen. Ich muss kurz... ...aus meinem Bett vertreten. Die Tür zumachen. Was? Wir hatten zwei Blöcke, denk. Und seine Füße überrühren sich. Ich hör auf... Wieso schlafen eigentlich mit diesem riesen Handschuh? Oh, ich wurde angeschissen! Scheiß Bafia, jeder. Es ist wunderschön. ... ... ... Alter, dieses Spiel ligt so hart! Komm runter, Junge! Ich kann nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus. Es ist das Ende von unserem Abendfeuer. Wirklich, ja, ich beende dieses Scheiß-Bücher jetzt. Ich will nicht mehr. Was zum Teufel ist das? Gürken baut ein kolossales Schloss. Gürken, warum baust du ein kolossales Schloss? Eine privata Angelegenheit. Leute, ich muss jetzt vorerst mal gehen. Kann mir das eigentlich verauffallen? Warte, ich muss erstmal den Food Store bauen. Nee, kriegst du nicht. Gute Nacht, Jungs. Gürken, das war Daylight. Okay. Es gehen alle weg. Ja, warte, ich baue noch ein schnelles Haus. Achso. Was lustig ist. Ich habe die Blöcke für mein Haus gekauft. Weißt du was nicht? Was ist so ein Fick-Fick hier rum? Wir stellen das Haus, was ich mir gerade gekauft habe. Es funktioniert nicht. Ich und Gürken haben schon die ganze Zeit ausdobiert. Das ist halt scheiße. Ich finde hier zentral auf dem Platz könnte... Ja, dann hat das irgendeinen Grund gehabt. Bist du den Scheiß? Ja, ich baue es gerade anscheinend. Braucht es bei mir? Alter, es ist riesig. Geh mal auf diesen Block. Links oben. Ja. 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 Ach, nein. Ach, nein. Ach, nein. Alter, ich... Ich habe rausgefunden, wie es funktioniert. Ja, die Aufnahme ist sowieso gleich zu Ende. Ich zeig gar nicht mehr im Video, was passiert. Das Spiel sagt, du musst hier... Außer du funktioniert. Ja, was? Ich habe rausgefunden, wie es geht. Nimm mal nochmal auf. Ich muss halt immer hingehen. Da steht dann sowas wie Place Wildflower. Hier. Nein. 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 Dann nehme ich den Blockstück da rechts, klick drauf. Und dann ist da eine Wildflower. Hier muss ich eine Koralle, ja? Nein. Ich hoffe, das ist... Nicht wirklich jede einzelne... Das ist doch ein schlechter Scherz. Oh, immerhin geht doch ein wenig schneller. Nein. Das ist... Du mit dein... Scheiß... Zoos. Warum auch immer ich 124 Salz... Ah... Ich finde die Aufnahme. Okay. Hallo? Hallo. Kannst du es nochmal sagen? Ich habe die Aufnahme gestartet. Okay. Ich erzähle es halt nochmal. Ich habe... Ich bin gerade aufgestanden, ne? Ich gucke meinen Sitzstock an, auf dem ich gerade die ganze Scheißzeit lang saß. Da ist einfach... Mindestens fünf Wartöne dunkler an den Stellen, wo ich saß. Wie normal. Aber das... Das ist... Oh, da bin ich die ganze Hose. Das ist einfach... Was? Ich glaube, ich habe mich einfach eingepisst. Warum weine ich gerade... Oh, Alter. Also morgen nochmal. Ja... Ja, ne... Ich... Geh jetzt. Ich verlasse dich. Was? Was? Es war schön mit dir, aber... Ich... Ich... Ich kann... Arschloch. Okay, Leute. Das war es jetzt mit diesem 1A Video. Wirklich. Ich möchte mir alle meine Sarkade rausreißen und sie wieder durch meinen Mund einsaugen. Denn das ist das schönste Gefühl, das ich in meinem Leben haben kann. Nach Creativerse. Was? 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 Was?